Oh, es passiert noch was. Shit. Warum? Hast du die nicht gesehen, oder was? Ich versteh, ich versteh, ich versteh, Lieferlich so. Oh. Ich versteh, ich versteh, ich versteh. Ich versteh, ich versteh, dass ich nicht so. Ich versteh, dass ich nicht so. Aber ich verstehe, dass ich nicht so. Ich weiß, dass es nicht ein Däst-Games ist. Ich weiß, dass es nicht ein Däst-Games ist, dass es nicht ein Däst-Games ist. Das ist wirklich ein Ziel. Was ist das? Das ist das Spiel, die SAO-Daten zu verwendet haben. Das ist der Grund, dass es eine Kurzzeit für die Entwicklung des Entwicklungslags. Ich glaube, ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ich denke, ich denke, dass ich nicht nur so verabschiede, aber ich denke, dass es ein sehr erfolgreiches Thema ist. Wenn die Töne nicht nur ein Bühnenbruch ist, dann ist es ein sehr wichtiges Thema. Das ist so, was ich? Was war das? 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 Was? Was war das? 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 Was? Was war das? 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 Was aus? Was war das? Was war das? Hm, nö. Gut. Hier brauchen wir uns killen, alles klar. Gut, äh, haben wir noch einen... Oh, entschuldige, bin geheilt. Danke. Äh, haben wir noch einen dicken Gegner, der hier... Ah, da haben wir Hauer. Ah, guck mal, da. Reich bauen wahrscheinlich. Ja, da stimmt, ich habe Hauer. Zack. Okay, ich höre schon, dass ich mich getroffen habe. So, sehr schön. Die sind so schwach, ey. Die kommen direkt erledigt. Von mir war das auch die gleichen Fische, die man in SAO gesehen hat, wo sie dagegen gekämpft haben. Wir haben was in der Ecke. Ja, da war es zum Aufheben wieder. Wir brauchen mehr Hauer, da ist nochmal ein dicker Baum. Wir hätten aber noch ein dicker Baum. Und da ganz hinten, glaube ich, schläft noch einer. Eie, die dicken Bäume sind unterwegs hier. Oh, der ist ja gar nicht so stark ist der eigentlich gar nicht. Oh, der war echt schnell down. Sehr, sehr schnell. So, dann können wir uns das hier nochmal... Eigentlich wollte ich das nicht, aber gut. Auch nur wieder ein Bestienzahn, okay. Da brauchen wir mehr Schweinchen. Ah, da ist ein Schweinchen. Ja, komm mal her, du. Zack. Sehr schön. Hallo, Schweinchen. Hast du diesen Skill gemeinsam? Ja, ne. Brauchen wir nicht. Alles gut. Zack. So, haben wir jetzt irgendwas Neues hierfür? Einstürmischen Hauer haben wir gekillt, okay. Sonst nix. Bestenschwanz haben wir bekommen, okay. Nice, nice, nice. Es tut sich doch was in unseren Quests. Da ist ein Stürmischhauer hier. Zack, erledigt. Ups. Hat da auch ein Bestenschwanz bekommen, nice. Bestenschwanz. Nur, schade. Dann brauchen wir links nicht. So, äh. Wenn ich hier weitergehe, komme ich auch zu der Quest weiter, ne. So, nehmen wir das mal auf. Was haben wir hier? Ein Bestienhorn, oh. Okay. Jetzt sind wir. Ein Bestienzahn, alles klar. Da haben wir noch so einen Stürmischen Hauer. Den würde ich haben. Zack, zack. Sehr schön. Und jetzt die hier noch. Bam. Sehr schön. Was macht unsere Quests? Drei Stöcke haben wir schon mal hier. Und hier haben wir auch drei Stöcke. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch. So, Bestienhorn. Warum hat's ja nicht? Aber egal. Hier wäre noch irgendwas. Komm mal eben hier. Falle ich kann auch daschen. So gibt's dieses Daschen. Ah, hier sind ganz viele, ha. Komm mal. Sie sind wirklich hier hingegangen. Ich weiß, dass diese Kombi wieder nicht getroffen hat. So. Sehr schön. Meine Kiste. Ein AP bis Drunk. Okay. Ich hoffe mal, dass das was Gutes ist. So, wir haben das hier noch. Und hier haben wir ganz viele mugglige Keiler. Ach so, das ist gar keine Hauer. So. Äh, ob's. Ich wollte kein Wägen. Ich wollte nicht mal ausweichen. Ach, von den Klamourbestien schwänzen. Das ist doch schön. So. Killen. Wollte gar nicht sagen. Killen, bevor er uns abgreift. Aber gut. Haben wir geschafft. Sehr schön. Und wir kriegen was. Meine Quest-Truhe ist das hier noch. Sehr schön. Wir kriegen nochmal ein schönes Schild. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein. Immer schön Belohnung kriegen. So. Es ist aber immer noch komisch, dass halt Sinon nur mit dem, äh, der Lanz rumläuft. Mit dem Bogen oder so. Dass es das was hier nicht gibt. Stör mich auch. Komm her, du. Und der beste Schwanz. Habe ich das jetzt langsam mal voll hier? Fehlt immer noch einer. Beste Schwanz. Habe voll. Okay, gut. So, haben wir das auch endlich geschafft. So. Sehr schön. So. Haben wir das auch erledigt? Ups. Entschuldigung. Wollte ich nicht. So. Bäschen Fell. Oh. Hier gibt es sogar Fell. Ist klar. So. Hier sind wieder irgendwelche Löwen. Dann machen wir was für euch hier. Zack. Schauen wir nochmal. Zack. Auch kein S-T-Main. Ups. Wollte ich gar nicht. Zack. Bestie Mäne. Okay, gut. So. Wollen wir den noch so jetzt hier? So. Wir haben da Feldern haben wir nicht. Salzkram haben wir nicht. Schuldgründen haben wir nicht. Insekte, Zermaler haben wir auch nicht. Und Bezahnte Echsen haben wir auch nicht. Halbmännchen haben wir auch nicht. Pflanzenmülsen haben wir einen Schritt. Aber wo kriege ich die her? Frage ich mich. Schalentierklauen haben wir auch nicht. Aber die haben auch schon Ewigkeiten. Vorher ist es Level 1. Also alles wie Level 1 so. Aber muss ich Level 15 töten. So. Pflanzen. Da brauchen wir ganz viele von. Ich würde ja sagen, da muss ich diese komischen Pflanzen töten. Aber irgendwie droppen die nichts davon. Hab so das Gefühl. So. Wir schauen einfach mal hier. Das ist noch was. Ich weiß auch, dass wir da heute schliegen können. So ein bisschen. Was haben wir denn hier? Hallo? Wie seid das hier? Na ja. Lohna. Na gut. Thomas wird gekämpft. Alter. Meine AP müssen sich mal wieder mehr auf. Mehr regenerieren bitte. Nicht genug AP. Ich weiß. Aber pass auf. Da. Ihr werdet angegötten. So. Warte. Insekte. Kurbschlauch. Wird das das so brauchen? Nee. Schade. So. Hier sind noch welche. Okay. 15 AP brauchen wir nochmal. Für einen Dash. Aber die kommen anscheinend auch ganz gut klar da. Wie scheint. Na ja. Ich mag da ein bisschen rum. Hab ich das Gefühl. Was habt ihr denn hier so für Gegner? Ach. Ein paar Insekten hier. Komm an. Easy. Das war jetzt nicht besonders schwer. Musste ich ja mal sagen. Ohne immer auf mich selbst auf die Schulter klopfen zu wollen. So. Eine Karte haben wir hier auch. Gut. Ach. Hier gibt es einiges noch zu erkunden scheinbar. So. Hier wäre unser nächstes Quest. Ding. Der Stachel. Den wollen wir auch hin. Königsklaue. Okay. Das haben wir hier. Das sind wir. Vor uns dann gibt es direkt noch ein Event. Davon sehe ich hier aber nichts. So. Mal mal auf den Weg mitnehmen. So. Erlös. Na schön. Und da haben wir doch was bekommen. Cool. Doch. Von denen kriegen wir die doch die Sachen. Ich unterstütze euch mal eben. Weil ich ein netter Boot bin. So. Also die Fische hier müssen wir killen. Na komm her. Gib her. Deine komischen Sachen. Die ich von dir haben will. So. Das ging in die falsche Richtung. Sehr schön. So. Da ist noch eine Kiste. Die ist aber doch schon offen. Schade. So. Wo ist denn das gegnerische Team? Gegnerisch sag ich schon. Da sind wir doch eigentlich alle ein Team. Können sie auch nicht bekämpfen. Bekämpfen. Pflanzenölseiten. Das soll ich auch haben. Pflanzenölseiten. Nice. Und schon wieder eine Pflanzenölseiten. Nice. Sehr schön. Wemgegen kämpft ihr da die ganze Zeit? So. Nein, ich wollte nicht auf die Karte. Verdammt. Ich wollte meine Quests angucken. So. Ah, muss ich jetzt ein Stück. Das reicht also für beide. Cool. So. Ansonsten haben wir hier nichts was machen können gerade. Kann ich einfach so zurück in die Stadt oder... Stadt zurückgehen. Da. Wir wollen einfach mal in die Teleporten. Ja. Ich will da hin. Danke. So. Machen wir uns einfach da. Dann gehen wir alles ab und dann sind wir fertig. Sehr schön. So. Oh, es ist Abend geworden. Cool. So. Dann gehen wir ab hier. Alles wenigstens ein bisschen Geld. So. Was kann ich bei dir machen noch? Nix. Okay. Verlassen. So. Asuna. Na, willst du jetzt vielleicht mit mir ein Date haben? Asuna? Kann man das irgendwo geschmeidig hinsetzen? Oder ist gerade... Ich hatte gar nicht jetzt Sascha zweimal gesehen, aber egal. Egal. Du hast eine neue Nachricht. Okay. Lesen wir direkt. Wo haben wir die neue Nachricht von Boton? Anfragen genommen. Danke für die Hilfe. Ich wollte mich auch mit Stärkern spielen anfangen. Kann ich auch bitte meine Hilfe bitten? Jojo. Kannst du? Und da haben wir noch einer? Schieb. Äh, ja. Okay, gut. So macht man sich halt auch Freunde. Man hilft Leuten im Kampf. Komm, hier, also noch einen Abendzieher. Schön daten. Komm. Setz dich doch zu mir. Ah, geht doch. Äh. Kann man sonst nix machen, ne? Ich kann nur mit dir reden. Schade. Ja, ja. Reden wir einfach mit dir. Bis die Schnauze voll hat. Nene. Ja, ich kann nicht mit der Eulen reden. Nene. Spam mal für die Tasten durch hier. Nene. 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 Okay, ich nehme auf. So, Asuna. Aber, oh, ja. Zunehmung hat sich auch schon gebessert, muss man sagen. Wommer. Nettigkeit haben wir in Rang 3. Neugierung 1. Rang 2. Rang 3. Okay. Okay. So, ich drücke. Und greife. Okay, will ich nix machen. Nice. Oh. Oh, 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 oh. Was denn denn hier schön ist? Okay. Ich denke, alle jetzt skillen hier. Also, ich müsste eigentlich nix ein bisschen was hier aussortieren, wahrscheinlich. 20 Prozent. Okay. So, stimmt, man, die will ja immer noch kein Date hier mit uns haben, ne? Frische Limonade. Frische Limonade. Passt jetzt auf, ihr Geld hier. What the fuck? Und da kommen wir hier, Asuna. Abends um See sitzen. Guck mal, die sind schon wunderschönen Himmel. Das ist eigentlich echt cool gemacht, weil... Äh, warte, ich meine so. Weil hinten... Äh, kann man es erkennen? Warte mal. Hä? Da mehrere Säulen? So, wenn da mehrere Säulen... Okay, eigentlich war es dann erst so, so, dass man eine Säule hatte. Ich hatte es mir mehr anzugeben. Irgendwie sieht das optisch so ein bisschen aus. Auf jeden Fall, äh, eine Säule, wo man hochgehen kann. Ansonsten war ich einfach eine Decke 100 Meter hoch, circa. Und alles eigentlich drauf gemalt, aber es sieht schön aus. Auch wenn der Mond schaltet, als wäre eine Sonne. So. Hm, was haben wir noch so hier? Lass uns leveln. Hallo. Abgehoben. Was machen wir nur die Asuna, hä? Ach, der Asuna will nicht mal mein Händchen mit uns verhalten. Wir sind echt scheiße geworden. Oh, Mann. Ist einfach verschwunden. Na gut. Ich finde schön, dass ich in den Ladesequenzen 400 FPS habe. Dann hier so 80, 70. Ich hätte gerade erscheint Asuna. Keine und nur Bar. Aha, hat er sich anscheinend einen aufgerissen hier? Dum, 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 dum. Na, mir fällt Asuna. Da sind fliegende Steinschen überall, okay. Anscheinend habe ich es echt bei Asuna verkackt. Kann ich dir noch irgendwas... Das Menü. Was ist das? Äh... Äh... Reden, Geschenk geben... Ich habe keine... Ich kann hier leider nichts geben. Ich bin scheiße. Ach, Mann. Ja gut, dann würde ich sagen... Da hier anscheinend nichts mehr passiert... Obwohl wir hier mal abends ins Zimmer fährst, bis ich da da noch was... Was haben wir denn hier? Äh... Kaufen? Was soll ich denn holen? Äh, hä? Verkaufen? Ach, hier kann ich mein Zeug noch verkaufen. Stimmt. Was ich alles so habe hier. Äh... Habe ich irgendeine Quest, die ich hier erledigen soll? Ein wichtiger Ort... Äh, da... Ich bin... Halbmenschen Rüstungsteile. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr davon sammeln kann. Ich könnte Hilfe gebrochen. Anni. Halbmenschen Rüstungsteile. Kann ich die bei dir kaufen? Kaufen. Hausmädchenkostüme, okay. Schulbeinanzug. Okay. Hochzeitskleidung. Sommer. Es lebe die Sommer. Okay, kann ich mir das irgendwie auch angucken? Also auch anprobieren. Ja, sehe ich cool aus. Schwul. Das sieht Saurakirithor am Anfang aus. Aber hier haben wir keine Halbmenschenkleidung. Deswegen weiß ich nicht, was die von uns will. Müsste ich gestehen. Alter. Verstehe ich nicht, was die von uns will? Deswegen? Ach, ach, mit dir kann ich auch das machen. Achso. Ah, Suche nach Items. Lebbose Armstücke, okay. Ah, so. Okay, gut. Waffenschmied. Hast du vielleicht noch ein Rapier für mich? Schnelles Rapier. Ich glaube, ich... Ist, glaube ich, alles nicht so viel besser, als das ich es schon gegeben habe, leider. Äh, oh. Ich glaube, ich muss da rüber für mein Zimmer. Jetzt wäre ich einfach noch gucken, ob wir da noch was passiert oder ob wir es jetzt wirklich verkackt haben. Asuna. Ah, 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 ah. So ein Daytrail ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr zusammen. Jetzt kann ich mal die Gastwirte holen. Ach, hallo auch sagen. Essen stand es denn darin, aber ich kann nicht mit dir interagieren. Schade. Nicola. Nicola, klingt... Ah, wann gibt es hier so viele Männernamen für Mädchen? Das ist auch ein bisschen irritierend, aber na gut. Nicola, Nicola, so gut. Ausruhen. Ich will Ihnen sagen, wie Sie... Das war es erst mal. Ich komme später. Ich glaube, so... Ach, Asuna will ich mit uns schlafen gehen. So ein schader Wach. Na gut. Gut, vielleicht ist sie jetzt besser drauf. Ja, sie ist besser drauf. Ha, wir können noch mal ein bisschen daten. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.